Hans-U.P. Tolzin, der Herausgeber der Zeitschrift Impfreport, wurde vom ZDF für ein Interview zum Thema Impfen angefragt. Das ZDF hatte die Firma Medizine Medienproduktions GmbH, die sich auf Industriefilme spezialisiert, beauftragt, dieses Interview zu führen. Man hatte Tolzin zugesagt, dass das Interview für einen Dokumentarfilm verwendet wird, in dem Pro und Contra gleichberechtigt dargestellt würden. Die Aussagen von Herrn Tolzin wurden dann aber geschickt ins Falschelicht gestellt und die Begründungen zu den Aussagen einfach aus dem Interview herausgeschnitten. Für den unkritischen Zuschauer stand Tolzin dann als notorischer Impfgegner da, der aber keine plausiblen Gründe dafür vorweisen konnte. Hiermit bestätigt sich einmal mehr, dass das ZDF keine neutrale, objektive Plattform ist, sondern sich nur vordergründig dafür ausgibt. Hans-O.P. Tolzin sagte nach dieser tendenziös manipulativen Sendung im ZDF mit ihm als Interviewpartner Kein Wunder, wenn den Massenmedien niemand mehr glauben will. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihre eigene systematische Verdummung nicht mehr über die Rundfunk- und Fernsehgebühren finanzieren wollen. Das Ende der Macht der sogenannten Mainstream-Medien ist absehbar, wie uns die dramatisch sinkenden Auflagen und Zuschauerzahlen zeigen. Dafür steigen die Auflagen und Zuschauerzahlen bei alternativen Medien wie klar.tv, dem Handexpress Stimme und Gegenstimme, kurz S&G, und AZK. Auf das alleine kommt es aber noch nicht an. Existenziell wichtig ist im digitalen Zeitalter die internetunabhängige persönliche Vernetzung. Denn wenn die Internetzensur kommt, nützt es nicht, wenn man alleine zurückbleibt. Wir von klar.tv vernetzen uns deshalb auch internetunabhängig. Sind auch Sie schon in einem internetunabhängigen Netzwerk integriert? Wenn nicht, senden Sie heute noch eine Mail an kontakt.klagemauer.tv mit dem Betreff internetunabhängig vernetzen. Wir vermitteln Sie gerne in ein Internet- und Mainstream-unabhängiges Informationsnetzwerk in Ihrer Nähe. Vielen Dank. Der Infokrieg zwischen global agierenden Gesinnungswächtern und volksnahen Aufklärern hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Es herrscht bereits jetzt eine auffällige Gleichschaltung der Medien. Gleichzeitig schreitet eine gezielte Internetzensur in den sozialen Netzwerken voran. So hat auch in der Bundesrepublik Deutschland eine beispiellose Zensurwelle in den sozialen Netzwerken des Internets begonnen. Das US-Unternehmen Facebook geht in Zusammenarbeit mit dem deutschen Justizministerium gegen sogenannte Hasskommentare in seinem Online-Netzwerk vor. Dazu hat Facebook unter anderem eine dreistellige Zahl von sogenannten Customer Care Agents der Bertelsmann-Tochterfirma Avato eingestellt. Mit Zensurhoheit betraut wurde zudem das Institute for Strategic Dialogue, eine Denkfabrik des Zionisten Baron Georg Weidenfeld, wie auch die Amadeo-Antonio-Stiftung. Zum ersten großen Opfer der neuen Gesinnungswächter wurde das Aufklärungsmedium Anonymous Collective, das auf Facebook wöchentlich über 20 Millionen Nutzer erreichte. Nach den Vergewaltigungsvorfällen von Köln und der damit verbundenen Schweigespirale der Mainstream-Medien hatte Anonymous Anfang 2016 entlarvende Dokumente von Innenministerium, Polizei und BKA öffentlich gemacht. Am 4. Februar 2016 wurde nun die vollständige Sperrung der Facebook-Anonymous-Seite veranlasst. Diese Entwicklung macht allzu deutlich, wie notwendig es ist, einen freien Informationsaustausch durch rechtzeitige und internetunabhängige Vernetzung von Mensch zu Mensch aufzubauen. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein! Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.